Oh man, jetzt stinkst du an Fikifiki. Das sieht ja. Und der Rekorder ist gerade aufgenommen, ne? Mit Fikifiki. Cool, ne? Lass uns wieder rausschneiden. Oh man, du Roni. Sorry. Ja, jetzt mal muss ich mich sauber machen, das bin ich ja umgefroren. Was ist das denn für eine Karre? Ja. Das ist eine Modderkarre oder was? Ja. Total komisch aus die Kiste. Gute Nacht. Vielleicht macht das den Boom. Und so weitermals. Ja, das qualmt schon. Ja, jetzt qualmt die Karre. Die freuen sich auf Essen. Das Auto hat eh Gottmut. Denk ich mal. Na, ich muss aktivieren. Na, ich muss aktivieren. Eine gleiche Auge mit Ramburg vorn dran. Gibt's auch. Die Arena-Fahrzeuge. Ja. Oh, die Biggies. Die Biggies. Wie auch immer die heißen. Wind beendet. Ja, wie der König. Ja, ich finde der König seine Eitel verlassen. Dass ich durch Geld spenden kann. Oh, nicht. Wie geht das überhaupt? Na, hier. Du gehst auf M. Dann auch. Oder? Warte, ich guck gerade selber. Ach, das ging dran. Wie so. Kannst du mir reinfahren? Was? Was ist meine Garage? Nö. Ich muss es mir kaufen. Achso. Warum ist es bei mir markiert? Hä? Warum ist es bei mir markiert? Hä? Die Garage. Na, die Garage. Das, wenn sie besitzt werden von dir. Und das ist blau, oder? Nee, in deiner Crew Farbe. Ach, du... Ja, ist doch richtig. Das gehört die Garage auch dir. Was? Ja, weil... Ja, weil ich... Ja, weil ich habe das Auto ja nicht gekauft. Achso, du kannst nicht reinfahren. Ja, ist klar. All die Garage gehört hier. Warte. Ich rufe das mal lastern. Gorka. Essen. Drück mal E. Ja, und dann? Na, hoffe ich. Ja. Komm. Sie kann aufsteigen. Gorka. Mhm. Kannst du reinsteigen bei Louis morgen? Mach ich ja eh. Das gefällt ihm wohl, ey. Was? Das gefällt ihm wohl. Ja. 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 Ich komme mal her. Ich komme mal zu meinem Assistent hier. Mein Mitarbeiter heute hier. Der arbeitet für mich. Und um. Geh mal zu ihm. Kannste eh drücken. Na. Ich kann sie nicht mit ihnen sprechen? Na. Ich glaube, das müsste gehen eigentlich. Aber ist doch auch egal. Freust du dich hier auf der Mission? Weiß ich mir schon die Mission, du machst. KB die die Mauer Kanzler bleiben Romo oder machte doch die auf die Tausche 1 die Schöpfung Es tut mir leid. ich habe die idee dass wir nicht drüsten aber so weiß welche idee wir holen jetzt den hubschrauber abgern liegen zum auto und dort oder ich möchte mich dann mal machen am besten tut mir leid die leute drin das ist doch nicht ach wir haben schon hier das auto ja mit nur glauben weil das beim letztes mal hier waren das stand ja ist immer so kannst ja mit einsteigen kann man meine fensterscheibe zu ach ist schon du kurschen aber es hat mir schon mal erzählt wenn man dann noch so eine person denken mich hat er gedacht und da wurde es direkt und dann haben wir wieder drauf geklatscht aufgeklatscht er hat oft guckt na alle noch klasse aussieht wieso was wirst du und guck mir drauf fragt mich nicht die kattenständer was die kattenständer hast du auch rein du wirst schon alles teurer wird wenn du so viel umfälle maße für mich ja auch kann wieder unten rechts vielleicht über 9900 hier die vorne raps haben jetzt lustig guck mal bei welchem preis wir sind 12.000 480 13.000 ab jetzt und steht louis auf dich das war jemand verliebt hallo ich nicht ganz vergesst ja aber er ja 80 30 30 bis perfekter jetzt so reicht es als preis er aber du nicht ich bin doch vergeben dich oder wollen wir drei beziehungen machen was man hat das ja nicht gehört was das sagt ich habe es ja auch nicht beantwortet eiligerweise ich habe darüber gelacht die aussage habe ich gut oh nee jetzt muss ich deinen fluchen machen ja kommt bei mir auch gerade er ist mir gerade gekauft leck mich doch mal liebst du ihn auch oder was was liebst du ihn auch vielleicht wie fiki fiki das sagt man eigentlich nicht wenn ich live bin in aufnahmen ja gut ist doch egal kannst du da rausschneiden abgelehnt bei louis wird sie auch wahrscheinlich totlachen wieso ja weil louis das video anschauen wird wahrscheinlich ui verliebt ui küsse drei abbeziehung was ui drei abbeziehung ja in die sieben dort er er hat sich immer wieder zu den anderen fasselig das ist wo es dort in die aus die kann will die bade bei die die aus reihe hat verabschluss 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 nämlich kennt er ja nicht oder ja doch noch nicht er weiß aber nicht wie ich aussehe oder nö der hat ja sagt du soll deine nummer will pfff abgelehnt da muss die pussie selber verabschluss Ich würde das machen, wenn ich eine Nummer hat. Ich brauche Fortnite. Kann ja haben, aber nicht um mich zuzuspammen. Wettend, der schreibt dich dann eh an und sagt, du bist schlecht. Okay, Boss, willst du sagen, du bist in dem richtigen Ort? We log everything that comes in on the site, so you can see what we got in the warehouse. Select a vehicle and it goes to the report list at the top of the page. You can sell at the four vehicles at a time and you've got the drivers here in the warehouse. Also, wenn der auf mich steht, dann ja. Wird langsam lustig. Dreierbeziehung. We. Wir haben eh noch hier weg, Schulden offen. Wer? Du. Wieso, ich? Da ist er doch. Oh, Mensch. Ich bin schon wieder aufgewärts. Dann können wir es zu dritt machen. Oh, nee. Meinst du wegen hier? Ja, nee. Nicht deswegen eigentlich. Wollen wir es sich wieder verkaufen, oder was? Will ich, will ich ja. Schon fertig? Ja. Ruhig, ist aber viel wert. Na, halbe Müller. Na, knapp halbe. Ja. 7.700.000. Ja, bloß die Provision noch. Äh. Provision. Ja. Ach, vergiss es. Du wirst schon, was ich meine. Also, wir sind bei 750.000. Gerade. Wenn sie jetzt Schaden machen an der Kiste, wird es weniger wert. Ja. Deswegen müssen wir aufpassen. Krieg ich das Geld dann? Ja. Ist doch dein Wagen. Und dein Lagerhaus. Boah. Ja, ich krieg, glaube ich, auch was. Wegen Aushilfe. Na, du lösst es nicht. Da steht, na, da steht aber trotzdem, Siob. Ich bin ja dabei. Kriegst du ja diesen Aufschlag. Sonst würdest du halt nur diese 7.000 kriegen, glaube ich. Aber da ich dabei bin, kriegst du ja diese Provision da, was da unten oben steht. Noch. Ich glaube, ich krieg auch, glaube ich, auch einen Anteil. Außerdem krieg ich auch die ganze 10.000. Aber das ist... Für die Arbeit. Also, wenn ich dir aushelfe, wenn ich dabei helfe, krieg ich auch Geld dafür. Das Fahrzeug... Da ist ein gleich Krieg ist. Mensch. Ja, einer redet vielleicht. Ja, ich hab... Ich rede dazwischen und du hältst nicht mal die Klappe. Hab ja gesagt, das Fahrzeug ist echt schön teuer. Alter. Ja, aber Silber ist jetzt irgendwie meine Farbe oder Chrom. Na, das ist nicht. Das ist Chrom. Farbgeschmack... Ja, Farbgeschmack ist... Ne, gefällt mir nicht. Okay, welchen Farbgeschmack hast du? Gelb. Ne. Haben wir gleich noch mal ein Auto. Das war knapp. Hat's gescheppert? Nö. Hat er auch gar nicht abgezogen. Ich wollte auch gerade sagen, da steht auch nichts. Hat sich das nicht geändert. So wirklich. Und wenn ich jetzt haben würde, dann wird er auch abziehen. Ja, das sollten wir vielleicht lassen. Wollte mich gerade schon... Wir hätten wetten müssen, ob du es schaffst, dass der Wagen nicht beschädigt wird. Tja, da hast du verloren. Das Auto muss da reinfahren. Ist schon richtig. Oder nicht? Ach nee, war falsch. Ja, abgeliefern. Ja, aber warum stand jetzt der andere Marktwert? 62.000 habe ich bekommen. Und 93.750. Oh, ich habe 6.000 bekommen. Als Auslösung mit Hilfe. Aber auch standen unten diese 7.000 Marktwert. Ach, das Auto ist so viel dann wert? Schade, ich dachte, das kriegen wir. Ne, nur. Da klingelt die Kasse, sagt er gerade. Wer, Alex? Ja, du kannst, glaube ich, auch Sam... Ne. Im Spiel, wenn der CEO-Abliebungsauftrag abgeschlossen war, hat er gesagt, da klingelt die Kasse. Ich glaube, der Reibenplatz gleich. Oh, Patsch. Weil ich ihn nicht mehr angeschossen habe, den Reiben. Oh, egal. Ich habe hier auch die Karre. Warte. Wo? In der Arena kannst du nämlich auch umbauen. Diese Kiste. Die Bullenwander kannst du nicht kaufen, da brauchst du eine Mission für. Die müssen immer noch ausspähen. Will die Jungen machen. Taxi-Taxi. Den kannst du in der Arena mehr schon umbauen lassen. Marina-Fahrzeug aber brauchst du in der Arena für. Ach, 9.1 war alles billig. Jo, die Arena-Kosob war auch eine Mülle. Warum haben wir, warum haben wir, warum haben wir, warum haben wir, warum haben wir 97 Leute hier drinnen? 97? Äh, ist 28. 97? So große Lobis gibt es in der DDR gar nicht, als ist Limitlos. Ja. Ja. Aber warum haben wir, warum haben wir, warum so viel auf einmal? Ja, es kommen wir wieder, na, was kommen wir wieder, neue Leute rein, weiße, was kriegst du nicht mit, wenn jemand joint, wenn die lieben, steht nur wieder unten. Es gibt kein Joint-Message-Weißer. Und wir hatten auch sechs Leute, Tronodokreis. Ja. Na, wenn in der neue Lobby so zu voll im Prinzip, glaube ich, eine gewisse Anzahl-Server, die zur Verfügung stehen für die Onlines-Dienste hier, und alles ist wie durch Zufall, dann sind in irgendeiner Lobby. Korsi und es sind, wird automatisch voll, die Lobbys. Ah, ja. Ja. Kade. Kann ich ja morgen mit Luis machen. Ähm. Nö. Kann ich mir auch kuscheln. Mami. Bin jetzt beleidigt. Was? Bin jetzt beleidigt. Bei dir, glaube ich es ja. Bist ja immer beleidigt. Ich hab doch auch nie. Ähm. All set. Hab's gesehen wie denn? Was? Ich hab mich mal frei auf mich steht. Ach so, er müsste jetzt mal fürs Video ausziehen. Ja. Ich suche das teure Rüster. Und ich muss das größte Lagerhaus jetzt kaufen. Ja. Du musst es mal voll mal rausnehmen. 3,2. Ein Lagerhaus ist aber keine Fahrzeuge, die von uns misst du, das sind nur Kisten. 3,5. Das ist Lager. Okay, 5 merken wir uns. Das ist die Location, glaube ich. Die weiter an der Innenstadt, die teurer sind die Dinger auch. Die sind alle gleich groß, glaube ich. 111. Alter, hat das wieder viel Geld gekostet. Ja, die Kisten kosten immer 18.000. Ja, aber dafür bin ich reich. Na, wenn die aber sammeln ist und dann die vollständig die Sammlung, kriegst du am Ende mehr sogar. Warum sind wir auf Dach? Hast du einen Fallschirm drückt Tab? Nein. Okay, warte. Sammeln du mal hier Fallschirm ein. Da, wo ich stehe. Pass auf, dass du nicht reingehst. Ja, sammeln ein. Da liegt keiner. Was? Da ist keiner. Jetzt drücken wir Tab. Hab keinen. Da ist auch keiner. Ich sehe keinen da. Die sind keine Fallschirmer. Dann lauf mal hier rum. Und? Nee, hier ist keiner. Kannst du wenigstens in mein Büro reingehen? Da, wo ich stehe. Hast du hier links? Die Tür, oder was? Nicht die. Die andere. Die andere. Die andere. Siehst du da keine blaue Markierung? Nee. Ich komme mal zurück. Sehe ich nicht. Hier ist die einzige Tür. Ich sehe. Ich meinte die da. Ob die hier durchlauen Haken ist, dass es gute Klingel ist. Nö. Oder wir machen kurz und bündig. Weißt du was? Runderspringen. Ja und dann? Klatsch. Ja genau. Ja und dann? Was bringt uns Zeit? Ja, dass du unten bist. Wow. Kann ich mal hier hoch. Danke. Los geht da zum Ende des Punktes. Ja und dann? Dass ich dich runterknallen kann. Ja natürlich. Aua. Wenn sie es haben. Von hinten. Oder da hinten. Oder haben sie es ja. Gute Nacht. Oh nein. Ich bin mit runtergeklatscht. Guck mal. Ich mache auch extra eine weiche Landung. Habe ich eine gute Landung gemacht? Baby. Jo. Worauf ballst du schon wieder da? Was ist ein Gegner? Da war ich mal ein Gegner. Ich bin nur ein Flugzeug hier irgendwo in der Nähe. Ich probiere das Dach zu bekommen. Ruf mal Lästi an. Lästi. Das lästert damit gemeint. Wie sehe ich schon. Habe ich alle schon mal am linken. Ich glaube, den kann ich gar nicht anrufen. Doch kannst du. Danke. Klatsch. Von der Verkauf hat die Hosen voll. Der Verkauf hat die Hosen voll. Töterklappen. Der Verkauf hat die Hosen voll. Hat er voll gemacht. In die Hose geschissen. Ja, genau. ich kann so gucken in der SMS jetzt auch noch mal drin und so durchlesen oder der Verkäufer hat die Hose voll und ist unterwegs zum Aus weichhol Aktu Serial wird wenn es ja hier ein Tier wird gewählt Arminio Bas der Tappers in die Air nur Werger einstellen von den Spielern in der Zeit können unsere Werner Räger einstellen n kannst du nicht mehr nur bei dem ja ich weiß habt ihr auch lieb die küssen louis auch in uns ja das ist ja ich wollte meine knarre raus hat es bei dir auch so gelackt ja da ich glaube die sitzen lag gerade ein bisserl nein hier sind auch 30 leute dran ist kein wunder dass das selber ein bisschen überfordert damit haben wir auch einen stern bekommen deswegen ja und tut mir aber leid war aber nix herr gegner würde rausschalten was wir würden uns ausknipsen glaube ich sabotieren ich guck mal ob ich anfassen kann brauchst du eh nicht mehr und kann sich reinfahren es blüse und sein mini stand doch keine ahnung kann ich nicht beurteilen willst du ja besser willst du ja besser als ich hier kommen keine animationen du musst keine einführen glaube ich haben sie alle auf die kugel geklotzt was haben sie dann auf die kugel geklotzt ich bin nein wissen wir wenn ich denn da hatte stelle hm kopf eier wui ich lege die stelle süße gewürzgurke es sind meine Eltern du musst meine Hand anlegen bei ihm was denn das Ding hier oh Mensch das gefällt ihm doch ja kann er bei dir auch Hand anlegen oder er kommt mit Mami wenn wir es sagen was ist denn jetzt der das versteht ich auch nicht ne er ist wieder dass er er sagt das gibt der Nerven von Mutti und er ist wieder er kann sich nicht entscheiden mit dir schmuddelsaugen oh ja so kann ich ja nicht beurteilen ja als würde er sich nicht richtig entscheiden könnte was er will wie du ey ich kann mich nicht entscheiden hallo wie soll was ich will die müssen zur Halle zum Tor gehen wenn sie raus wollen genau ein Ständer mhm 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 am Sieg den für ne Belokarre achso gemobst war ja klar sondern das ne ach meee kampf haben wir los und hier hat der immer ne Abwohrung hingen geschmissen oder war Nee, der hatte so jetzt die Waffe, die ich hab. Was denn? Oh, Mann. Ups. Entschuldigung. Baby, Entschuldigung. Hier, guck. Jetzt kann ich hier. Das hat er ja dabei. Was ist denn das überhaupt? Die heißt das... Das hab ich nicht. Hab ich nicht. Wo gibt sie denn die Wailgun? Bei Waffenhändlern normalen. Hab ich noch nicht freie Scheiß. Oh, in welchem Länge kriegt man die? Abponot. Da hab ich noch nicht die Wailgun, die verfügbar sind, glaube ich. Oder sie vom Waffentransport. Äh, müsste vom Waffentransport. Schlag mal deine... Was? Schlag mal deine Scheibe ein. Ja, genau. Wir müssen mal tanken. Ja, genau. Mach gleich mal Buf, die Tanke. Wenn jemand draufschießt. Ja, oder du wirst, du wirst, schmörst du was rein. Immer so Buf. Haftkanade oder was. Buf. Call me back when you figure out how that brain of yours works. Wo, wie wollen sie hin? Warte, ich weiß, wo ich ihn von bin. Ja, es ist mein creepy, silenz Freund. Wie kann ich helfen? Okay, chocolate TensorFlow. Warte, find ich mal was. Where are you for? Und jetzt kommt schon mal los. Schminder, put your organs in the inn. Du musst dich nicht mehr ärgern. Was? Du musst dich nicht mehr ärgern. Hallo, du machst Mist. Den süßen Pratz. Ah ja, jetzt auf einmal. Warum müssen wir uns anschmeicheln? Hey, was ist passiert? Oh man, da rausstehst du ja. Wieso ich? Hallo, auf anschmeicheln möchtest du ja keiner. Ah ja. Hast du nicht die Grüße gesagt von mir? Wieso? Hab ich doch geschrieben, du Roni. Ach so. Ups. Ja, also nicht. Mensch. Sag ja, lesen aber nicht machen, Roni. Aber ich hab gefragt. Ja, wie ist denn das? Was sag, mein TikTok-Video? Wir sind nicht. Musst du am Handy mal gucken. Da siehst du die Abstimmung. Die Abstimmung? Die ich gemacht hab. Ob ich mit Luis 1 vs. 1 machen soll. Die Meerheit gewinnt. Das war ich nur dazu. Ach, lass mich sie ummachen. Also ja, wahrscheinlich. Nein. Deshalb will ich ja, dass du mal hier anguckst, was die Leute sagen. Mehrheit gewinnen, ja. Musst aber am Handy gucken. Warum? Na, am PC sieht man das nicht. Ist auch gescheuert. Ja. Bing! Hat's bei dir gemacht? Nö, komm die ganze Nacht jetzt mal rein. Hast du WLAN aus? Nee. Eigentlich nicht. Ist die ganze Zeit an. Gluuuu! Hier ist das erste. Das ist der erste Tagesschau. Ich komm jetzt am schnellsten zu deinem Profil. Komm doch einfach Spiele-Gamer ein. Hast du in der Suche, oder? Ja. Ganz einfach. Kann auch einfach unter Freunden gucken. Würdest du es so kompliziert machen. Hm. Ja, ich schläg mich sogar schon vor. Vielleicht gefällt dir Spiele-Gamer. Warum schlägt er dich vor? Weil ich weiß ja auch wieso. Simmt aber eigentlich gar nicht. Hallo? Na, eine Suche meine jetzt. Ja, da wo das Wurzelbild ist als Thumbnail. Ja, wenn er mal laden würde hier. Die Möhre. Die Möhre. Geht im Internet schon wieder. Das ist zu lahmarschig. Kannst du Taxi anrufen? Äh, nicht Taxi. Dings anrufen. Äh, die Polanke wechseln. Das soll ich später neu. Wen soll ich anrufen? Die Polanke wechseln. Die Polanke. Lister. Ja. Die Polanke. Vielen Dank. Mein Dickerchen. Kein Ergebnis. Was? So ein Bullshit. Kein Ergebnis sagt er vor einmal. Ja. Ach, ist immer so. Keine Verbindung sagt er jetzt aber einmal. Kannst dich mal entscheiden. Meine Fresse. Ja, wen juckt denn das wieder live ist? Mach dich ab. Das tut mich doch nicht wieder live ist. Steht dir mir Videos von dir vor. So. Seid doch mal froh. Muss ja dein Profil noch laden. Hallo. Hört es heute noch was dir? Angel. Meine Fresse. Naja, es ist nicht ganz ausgeglichen. Aber es war glaube ich gerade Hälfte der Hälfte. Also 52 sagen ja. Also es ist halt nicht ausgeglichen, sag ich mal so. Ja. Also die könnten unentschieden werden tatsächlich. War gerade unentschieden. Ja, ich weiß. Nimmst du eine Ladung an? Warum willst du eins zu eins machen? Geht mir langsam auf den Keks. Keks. Wow, er hat mir geantwortet, aber nicht auf die Frage, die ich gestellt habe. Wow. Danke für nix. Bei Alex? Na sicher. Was hat er geschrieben? Das ist erst morgen Freide. Einen Donnerstag bin ich. Ah ja. Das weiß ich aber schon. Und das sind wir auch nicht. So drin bin ich auf jeden Fall. Wir sind fast voll schon. Ja. Was mache ich für meine Mission? Die Hauptfinanzierung. Ist das der Raubüberfall der Haupt? Ja. Ja. Aha, 54% von 46. Hat doch jemand abgestimmt oder was? Ja. Du selbst oder was? Nö. Ich habe ja kein zweiter Account bei TikTok. Äh, kein 3-Account. Äh, 3-Account meint ich. 3-Account. Hast du dir alles gekauft, dass du voll bist? Waffen? Mhm. Was? Ja. 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 Ich habe kurz was eingesteckt. Ich habe mich eingesteckt. Ja. Ich habe mich eingesteckt. Du da ein. Ach komm. Alles so passt auf. Ja. Gut, sagt der eine. Passt also. Weiß was? Ich mache mal bereit. Ich habe einen Trick. Ich muss gleich schnell wechseln. Ich wechsle so und dann muss ich bereit. Hä? Post Norden? 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 Ja, ich bin wieder zusammen. Komm. Das heißt, du brauchst kein Auto. Wir müssen noch beidrücken, der eine. Ja. Na komm, ich brauche kein Geld. Oder wie viel Geld hast du? Ach, ist doch egal. Ich habe drüber 25% für alle. Kein Auto? Nö, brauchst nicht. Ih, deine sieht aus wie Zombie. Guck mal bei der sexy Lady in der Mitte. Ahem. Warum? Oder bei den Zombie-Mensch da. Ui. Wollen wir mal diesen Outfit auch kaufen, dass du was du hast? Dass wir zusammen einen Look tragen? Look. Dass die sehen, dass wir zusammen gehören. Ui. Ui. Zusammen. Junge, die holen sich schweren Panzer, ey. Ja, gleich schweres Equipment hier oder was? Alter. Ach komm, die holen wir eh. Oder nicht. Im Süden? Im Norden? Im Westen? Im Süden? Im Norden? Im Süden? Im Norden? Nein. Wollte ich nicht. Klang oder so? Alles gut. Hätte ich Bescheid gesagt sonst? Naja. Alter, weiß man sie nicht. Hallo? Ich bin sehr lange in Sektion gekommen. concerned. Was geht das gar nicht? Grund dazu? Heapterol. Hört immer, stand vor mich. Du bist ein Spiel. Willst du denn da nicht? Nur manchmal muss ich. All in die preferred-Morde. aber warte dann f drücken wirst du schießen was du bleiben auf dem posten ich habe mein Auto erst mal wieder ein da kommen die Gegner so nicht ihn diejenigen die da oben kommen fahr mal wohin denn? na hier raus ach hab schon wohin? einfach raus hier hier raus wo ich schieße oder? warte jetzt was warte mal kurz wird das Auto auch noch kaputt machen ich fahr schon mal bis zuvor fahr mal um den kreis alle da kann man wenn es nicht passt zurück 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 so genau reicht wir sind gegner wir müssen schießen hier abgelehnt zu jetzt ich weißbro aber für Fahrzeuge oder was? kommst du mit? ach du kannst nicht Er muss einfahren, Logan. Erfahren liebst ja. Erfahren. Wann nur kuscheln? Kuscheln. Ja. Mit Luis. Ui. Da wird sie freuen. Auf mich in Umarmung, ey. Ui. Kusch. Wo sind sie? Wo sind die Dropper? Ich will sie nicht mehr hören. Für den lieben all das Heilige. Halt die Platz. Können sie um die Ablängung kümmern da? Ah, die die nicht beschädigt werden, ne? Ja. Das ist das mein Kleiner. Ja, ange. Und wer sind die Leute tot? Oh man, sie ist kürt. Ja genau. Fein geschissen. Autsch. Autsch. Klatsch. Autsch. Wollen wir kuscheln? Autsch. Wollen wir zusammen fahren? Wollen wir zusammen fahren? Ich möchte mit dir fahren. Ui. Und einen schönen Wasserspiel machen. Ah, du musst hier eins fahren. Weiß ich jetzt gar nicht. Nein, ich auch nicht. Na, ich glaub da stand irgendwas, das nur einer. Warte. Ja. Doch die können aber mitfahren. Warte. Ja, der kann fahren. Klatsch. Warte. Komm her. Was macht er denn? Jetzt reicht's. Ich zieh's raus. Steck ein. Ja, warten jetzt. Lass doch mal stehen. Oh. Das ist, das ist... Ach Mensch. Ich soll doch den vorderen fahren. Ich heulen. Wie lange? Wie denn... Ach, los. Meine Fress. Fick dich doch. Huf doch einfach. Kannst doch hupen. Mit E. Und wo gibt's die Hube denn? Wo sind die andere? Hab ich fressen. Sehr witzig. Wir können wenigstens zusammenfahren. Waren wir nicht zu viert? Mensch. Waren wir jetzt? Ja, sag ich's doch. Oh. Gerd? Fick dich. Ui, fick. Leck mich doch mal aus. Mhm. Kannst du ja Louis fragen morgen. Hallo? So, dass eure Hand nicht ausrutscht. Na, bei ihm muss man nochmal aufpassen. Bei ihm muss man immer zweite Hand anlegen. Ah ja. Ah ja. Und wenn du... Tch. Wärst gerne dabei gewesen, gell? Mhm. Schöne Louis abspritzen. Wie? Oh mein. Schon wieder hier pervers, ey. Länger. Länger. Wir müssen halt das Mädel hochrechen, wieder als Mädel. Was denn? Das Mädel hochrechen, wieder als Mädel. Was denn? Guten Tag! Hilf uns! Häää! Sie können bisschen laufen. Komm jetzt rein! Fick dich! Ja, das hast du da unten. Das muss, glaube ich, eh keinen Schaden machen. Nee, du machst mir keinen Schaden. Och, schade. Ich steck jetzt ein, ich habe Sterne wegen dir. Wegen mir? Ja, wenn du mir umgefahren hast. Nö. Ich doch nicht. Ähm. Hör auf. Jetzt da wollen wir wegen dir Lester anrufen, ey. Auch wegen mir, du hast mir umgefahren. Nein. Klatsch! Ich hätte eh drei Sterne gehabt. Letzens. Weil du die Bullen umgefahren hast. Ja. Lass es mit dem creepy Uncle Lester. Ja. Ja, gut. Ähm, ja. Hast du was gemacht? Nee. Aber wenn du bist in der Bullenwande vorbeigefahren, hatten wir einen Stern wieder. Warum, warum, warum? Nee, ich habe nichts gemacht. Ja, ja. Hm. Das war knapp. Äh. Wollen wir kuscheln? Kuscheln. Ja. Darf ich was mit ihm machen? Oui. Oder bei Luis? Bei den Clean Test-Operien. Oder zusammen. Oui. Test-Objekt. Ja, genau. Oh. Warum, Test-Objekt? Ähm, mir ist gerade was passiert. Ähm. Ah, ja. Hui. Hast du ver... Ups, mir ist die Hand reingerutscht. Ah, ja. Nur aufpassen, dass Luis nicht die Hand reinrutscht. Stimmt's, Großer? Mhm. Oh, ja. Tut das gut. Soll ich dir mal was einen, äh, Story erzählen? Neut früh? Ey, ey, rat mal von dem, den ich geträumt hab, ey. Von Luis. Ja. Und rat mal, was wir dann gemacht haben. Fiki, Fiki. Also hast du nur geträumt bisher, aber. Ja. Das war aber schön, der Traum. Ich bin mit dem Ständer aufgewacht. Was? Hast du bestimmt Ständer gehabt danach. Ja. Oh, Mensch. Hallo, ich finde eine Aufnahme. Kann jeder nicht ändern. Ja, ja. Du musst auch angefangen. Darf ich alles rauschnappen? Schneid. Ach, Quatsch. Mit YouTube noch nicht zensieren. Wie lange wird das böse Wort nicht sagen? Kannst du mich nicht analysieren, das Video? Aber du bist eh noch nicht so weit. Ja. Also ich will das eh keine Rolle. Okay. Ich will mit Luis Fiki, Fiki machen. Der wird sich freuen. Ui. Freuen. Das ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Nein, noch nicht. Aber gleich. Und hat er geschrieben? Was ist der Louis? Mhm. Denkst du, ich gucke jetzt nach? Das ist da bloß für eine neue Nummer. Und bloß für eins ist die Nummer, äh, Handy, ja. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio zusammen spiele Gamer. Guten Abend, liebe Damen und Herren. Ich habe heute euch was vorzupressen. Ach komm, ich kann kein Deutsch mehr. Vorpr- Ach komm, ich vergiss das. Ich gebe auf. Vor zu... Ach komm, ich gebe jetzt auf. Na mit. Ich gebe jetzt auf. Oui. Ja, hi. Hm, bitte. Quark. Und was sagst du immer? Essen! Klopf, klopf! Wer nervt denn mich an meiner Haustür? Das ist die Haustür nicht, aber... Die Deutsche Bahn dankt. Nee, die Firma dankt halt. Nicht die Deutsche Bahn. Ja, komm ich jetzt auf die Deutsche Bahn. Ja, komm ich jetzt auf die Deutsche Bahn. Ja, machen sie doch bereit. Ey, irgendwie holt es jetzt nicht mehr hin. 25, 25, überholt. Dann passt es wieder. Braucht es kein Fahrzeug. Ja, schnort geht. Vielen Dank. Nein, ich drück 3 auf, ok, ja, bis die Flüge. Rumsnick. Hm? 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 Oh, ich hab unsere Freunde umgefahren. Ups. Damit deine Fotzen wieder. Ah ja. Oh nein. Oh! Oh nein. Arğat, din! We should. Okay. Basta. Ich wusste, du warst eine gute Crew! Ich bin da vorne! Du bleibst da, ok? Komm, komm, komm. Wollte ich ihn vorhanden nehmen, oder was? Ich kann ihn nicht nehmen, oder was? Ich... Aua! Hat sich ein Gescherwam, ein bisschen. Choppers up there. Looks like hired guns. Take them out and anything else they got. You don't get paid unless we get there. Remember that. Where are they? Where are the choppers? I don't want to hear them anymore. Was this to see? Mhm. What does he do? Buff. Buff. Ja, klar. Buff. Oh, nein. Is there just now? I have angst. Should I do it? Sheldon? No, no. Yeah. So, yeah. It's done. It's a bit of a pain. It's a bit of a pain. A kiss on the face. Oh, God. Yes! Next. Oh, wait. No, no. It's a bit of a pain. No, no. It's a bit of a pain. We have to go through. Wait, wait. Wait. um uns hier gleich verrufen wenn ich bei Louis machen kann schön in das Spritzen kannst ja mitmachen sehr witzig immer nur dasselbe wir können du auch ablaufen lassen nach jemandem verlassen finde ich traurig und Louis Nassspritzen bist du beleidigt? S Okay Sind sie drin? Ich lasse gleich ein, wenn sie kommen sind, ok? Verstanden? Ja. Was? Ich hab immer schlecht. Sie müssen durch den Lauter schreien. Ja, hier geht's nicht. Ach komm, leck mit Tomas. Leck! Ich lade dich ein, ok? Oh. Was? Ja. Mensch. Leck mich doch mal. Ui, leck mich. Kann der Luis morgen fragen? Ui. Da steht der. Da hat der er. Du da auch, oder nicht? Vielleicht. Nein, das ist nicht alles, okay. Du weißt? Ja. Du weißt? es darf ich dich vermaschen oder soll ich nur Louis vermaschen als er seine Gurke vertaschen wie lange wollen wir denn noch darüber reden aber vielleicht die Zuschauer also guck mal wie viel schon drin ist also hier sind noch nicht drin ja 3 und der ist der nächste keine Minute gebraucht ach komm leck mich da am Arsch hast du deinen Betrieb verlassen deine Firma ach ne Firma ich guck selber nach ach so nirgends noch nicht der hat sie gut geklärt den hab ich noch nicht den hab ich aber auflösen durch den Groh dann musst du auch einschalten woher sie ist jetzt haben wir es posten, Norden, Norden, ja ich denke, sie braucht kein Fahrzeug das ging aber schnell ach komm ey, ich sollte mal was sagen wenn ich jetzt tage, ich mach gerade Glücksspiels Simulator, wenn ich da 1000 Dollar gewinnen sollte kann Glück oder Pech sein, kein Glück oder Glück also wie viel Kölz das wären, ein Taubiger in echt was holst du denn dann für mich da kann ich dir was spenden okay 2 auf der Süden Seite, 2 auf der Süden Seite, let's go hab ich das gut gemacht? die Anticipation is always worse we time you already let's go come on come on Du willst die Eier küsse? Du willst die Eier küsse? Du willst hier kommen Warte mal von wem Mach den da! Gut auch nicht Wie wird das hier abfangen? Jetzt reicht es Oh Mensch Ich meine Hüter Ich wurde mich nicht Ich bin von P.C.A.V.A.T.A.M. Ich bin von der Kriste zum Lebenslust für die Geh jetzt! Zeig! Wow! Oh mein Gott, das ist ja so viel Pisschen! Ich würde die jetzt nicht ankommen, aber nur... Warum? 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 Okay... Ja, was kommt davon, wenn man bucht, wenn ich ein Team nicht bleibt? Komm, komm, komm! Der Arme! Das tut mir aber leid! Na, deine Tee! Warum das auf Wingen? Weil er doch gestorben ist! Ich weiß, ein Team-Mate, der im Süden sein sollte und nichts gemacht hat. Da war er da! Der Arme! 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 Die Verlust wird immer weitergegangen. Die Verlust wird weggebracht. Wenn wir das Produkt verlieren, werde ich alle sagen. Hast du es gewohnt? Mhm. Gorka. Es. Kann ich ja bei Luis morgen machen. Meno! Hast du es gesehen? Oh. Ich hab keine Sorgen. Ich hab keine Sorgen. Ich hab keine Sorgen. Kakao. Ui, Luis. Was ist das damit? Luis, wenn du das sehen sollst, sieht man es ernst. Aja. Es macht keinen Sinn, oben lang zu fahren. Ach komm. Macht einen Sinn. Stimmt. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Hast du es gesehen? Ja. Was hab ich schon gemacht? Umgefahren. Ach, wie gesagt, wir haben noch Platz. Dschüss. Dschüss. Denn liste ist. Der Beanzi. Das ist die Unterricht. was ist da drüber? ich kann nicht mehr fortfahren ich siehste, ich war fast da und tot waren sie äh, totfahren haha, wir machen noch mal neu nicht den ernst, ey wenn es ihnen nicht passt, soll er warten stimmt's? wenn er wieder verlässt bleibt Mensch weil wir ein Team mit sind da kann man auch mit hab ich ein guter Abgrund schädlich so also liebe Grüße an dich mein kleiner Aì Hallo hab doch Grüß Sack liebe Grüße an mein kleiner und mir nicht? Ja du bist ja mein großer ja du bist ja mein großer Hi ich hab das mich vergessen liebe Grüße an dich mein Kitzchen schatz Ui Oh! We gotta lose those choppers! Fuck me! Haha! Ui! Wih! 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 Hääää! Wih! Wih! Mena! Wih! 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 Mollepe! Mollepe! Oh! Wir haben keine Abgröpfung. Wir haben keine Abgröpfung. Ey. Woh? 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 Warte, schieft den gleich ab? Warte? Hähn! Na den da, den wir jetzt wollen. Den gleich abgeschießen. Schade? Woh? 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 Woh! Woh! Oh, der Heli ist abgestürzt. Nee, nee, nee. Tut mir aber leid. Nicht. Hä? Wies, so kann ich schneller fahren, als ich. Ja. F有點 super! Fass! Beide oben! Jetzt habe ich einen Touch! Oh, das war knapp. Guck mal. Guck mal. Guck mal, dass das Leben kommt. Wie machst du denn die ganze Zeit? Oh, du fährst mit dem Hobbit, oder? Ja. Ich will XP-Summen. Ja, das macht aber übel schaden für einen LKW. Nö. Ja. Hä? Ups. Autsch. Jetzt haben Lotus einen Lachlach zuletzt. Sag ich nur dazu. Ab hier war, war dann tot. Ja, ich weiß. Der Idiot. Geh anspastig, ey. Oh, nice one, friends. Nice one on TPI. On our way. We are on our way. We are on our way. Oh, thank you. Great work. Really great. Here? Here is what I promised ya. Ha, ha, ha. Müllsack. Zu den Alex. Stimmt's. Now we've done the speculation. Soon we'll do the show. Very soon. All right. Now let's get the hell out of here. All right. I got the buyer coming through. Thank you. Thank you all very much. Hey. Be cool with that money. Only by superficial craft and superficial people. Who are you? I'm infinite rage. You can't be infinite rage. Cause I'm infinite rage. Yes, buddy. I will deal with you later. Hey, hey. My brother. Yo, yo, it's Phil. It's, uh, good to meet you finally. Hey. Trevor, hey. So we're gonna do this or are we gonna have a circle? Oh, man. No, fuck. This is super friendly. How are you? So. You got the drugs? Yeah. Yeah? Yeah. Yeah. أنا old been old, friend. Can I see? Well, 18 year? The money. Yes, I'm shady? Yes, I got it. Ah. Also, yes. What did? He said that they're already old. No. Not. Not外arem. Nein, ich mach doch mal mehr hin! Ui, Guck! Wollen wir mal dahin fahren? Wo hin? Na, zum den Ort, wo wir waren. Jetzt! Mark! Du bist unter... Du bist unter Arresten für... Gehe weg! F**k! 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 Ui! F**k! F**k! Hast du gehört? F**k! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Jetzt... Hab nichts verstanden. Hast du was verstanden? Äh. Daddy? Oh, oh, jetzt gehts, 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 sache, puf. Jetzt ist los mit lustig, komm. Uppsala. Hoppala. Lass uns schnell gehen, schnell wie immer. Tschüss. 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 Ja, genau. Tschüss. Witzig. Ach, die können auch da heute oder was? Ja. Ach komm, ich kann kein Deutsch da. Tschüss. Warte. Ja. 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 Oh, man. Nein, nein. Er zieht den. Er lasbren alle Nerven, kurzer. Er zieht den. warte schreib mal abonniert alle spielgamer bei youtube auch mal warum ich alter junge bitte du bist doch mein bester freund zeitig ja mit dem geld in dem geld in der warte ja genau als er noch kein cent gesehen von dir hat doch auch aus dem 2 und worten sind da wo ich die gespendet habe also es ist ein paar wurde er heute ist es ja außerdem naja letztes Jahr das Jahr 365 Tage aber trotzdem letztes Jahr und ich fand die 24 ja ja ey jemand sieht das geht mir echt immer so Keks wie er seine Rechte ausnutzt das geht mir mal in einer Apartment mein Spiel ist gegrächt mein Spiel ist gegrächt wow wer heißt der Jetsi ja mal gibts doch gegrächt ach fick dich doch du scheiß modder darf ich ja von mir aus oder soll ich es nur bei Luis machen äh man das nervt doch ständig ja jedes mal kriegst du das G-Mail diesen Idioten voll Spazen ey voll Idioten das Spazenhirne ja was Nachflex sagen würde Spazenhirn 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 auch über den Nicht nur dann GTA, mehr auch nicht. Naja, ich muss ja warten, wenn du nicht warten willst. Ich bin jetzt moron. Moron. Hier steht ja nur, wir lagern irgendwas ein, das sehe ich nicht. Weil das Ding da drüber ist. In dem Fenster.